Guten Morgen, hier ist Nicke und... Benni. Von? Von Kreativ. Und verspielt. Ja, wir stehen hier in unserer Schleuse. Und Benni hat die Haare schön, das heißt, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt Xbox kaufen. Also, wir versuchen es. Ja, genau. Mal gucken, was passiert. Wir haben jetzt hier... Benni, wie so ein richtiger Deutscher, geht mal jetzt los in den Mediamarkt und holt uns. Kann doch eigentlich so gehen. Wir ziehen uns jetzt ordentliche Schuhe an und dann stapfen wir mal los. Ich zieh die da an. Ja, genau. Die will ich anziehen. Da hast du nicht rein. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Maske vergessen. Ich habe extra meine wunderschöne Maske. Ich bin extra ungeschmied. So, Maske weg. Hallo. Hallo. Ich habe Angst zu filmen, deswegen machen wir das jetzt so. Wenn du ihn hinstellen kannst. Nee, wir sind jetzt am Mediamarkt angekommen und hier ist niemand außer Einen. Das ist ein heimlichem Mediamarkt. Man sieht nur das Ende. Ja. Ihr macht in 10 Minuten auf. Ja, wir haben es 9.50 Uhr. 10 Uhr macht es auf. Und ich wollte zurückfahren. Ich bin nicht kümmert. Ja, fahr raus. Ich nenne es. Ich soll nicht aus dem Spiel draus fahren? Ja, mal gucken, ob es geht. Nee. Ja, es geht gleich los. Und ich hatte noch ein paar Fragen an dich. Und zwar, warum die Xbox und nicht die Playstation? Weil es die stärkste Konsole der Welt ist. Was kann die so? Die kann alles. Spielen. Und warum die X und nicht die S? Weil ich es schon gesagt habe. Wenn die S genau die gleichen Spezifikationen, heißt das glaube ich, hat, hätte wie die X plus ohne Laufwerk. Hättest du dann die S genommen? Nee, ich glaube nicht. Ich will irgendwie ein Laufwerk haben. Obwohl, wenn sie fast 200 Euro billiger ist. Nee, 200 Euro ist jetzt billiger. Ja, aber hat eben halt nur, hat halt runter, ist halt runtergefahren. Aber, also ich glaube, wenn die dieselben Dinge gehabt hätte wie die X plus halt den kleiner, dann hätte die bestimmt auch 400 Euro gekostet. Ja, nee, für 100 Euro billiger ohne Laufwerk hätte ich es nicht gekauft. Aber wenn sie, ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich will doch irgendwie ein Laufwerk. Ich brauch's zwar nicht unbedingt, weil ich fast nur Downloadspiele gekauft habe, aber trat mir doch so und will dann manchmal eine CD. Oder will man irgendwas einlegen, wenn es nur eine Blume ist oder so. Ja, ich hätte glaube ich schon die mit Laufwerk genommen. Jetzt kommen langsam... Warst du mal bei einem Konsolen-Launch so dabei? Ja, ich glaube, bei einem 64, glaube ich. Bei einem 64? Ja. Oh, he so, halt. Bei einem 64. Die Bange sehen so dick aus, wie es so. Ja. Ja, bei einem Nintendo 64 ist meine Stimme auch viel besser, wenn ich so gucke. Da hast du aber doppelt keinen. Achso. Mach lieber so. Aber du kannst doch nicht nur mal so unten. Guck aus dem Fenster. Und dann musst du es so machen. Wie? So. Guck aus dem Fenster. Mach so. Sieht schmal aus. Sieht gar keine aus. Jetzt hat mich bestimmt einer gesehen. Schellen die sich jetzt an? Da müssen wir uns anstellen. Da sind Leute, die stehen vor Media im Markt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich den Fernseher kaufen gehen. Der will auf jeden Fall eine Xbox. Der hat noch einen wilderen Bart als ich. Ich glaube, wir müssen unsere Uber rechnen. Okay, zieh mal die Maske. Warte mal, ich setz mal meine Maske. Wo ist denn meine? Achso, ich habe sie hier vorne. Hast du noch an oder hast du schon? Ich habe es schon. Ich habe noch an. So, sind meine Ohren gut? Ja. Ja. Ich habe meine gute Harry Potter Maske auf. Harry. Die hätte ich eh mit Make-up kaputt gemacht. Benni sieht so süß aus und jetzt muss er eine kriegen. Wir versuchen es. Mal gucken. Ansonsten kaufen wir Batterien. Wir sind zurück. Hallo. Mit unseren Masken. Ja, wir haben was gekauft. Wir haben sogar was gekauft. Weißt du was? Ist die nicht klein? Also in echt hätte ich gedacht, dass sie so klein ist. Ja, es ist... Ja, es ist leider nicht mehr wie früher damals, wo man noch eine Konsole holen konnte. Damals, als man sie noch im Laden kaufen konnte gegen echtes Geld. Ja, das ist irgendwie scheinbar. Ja, wir waren einige Leute, waren bestimmt so... Na ja, gut. Fünf... Der alte Mann wird uns hinrechnen, zurückbringen. Der alte Mann wird sein kaputt. Komm bitte. Aber... Die hatten alle dieselbe Idee wie wir. Die haben gedacht, komm, wir gehen mal hin, gehen mal gucken, vielleicht... Wir kaufen eine, wenn sie da ist. Aber irgendwie ist das nicht mehr so. Nee, die hatten wirklich nur für Vorbestelle und... Ja, leider. Ich habe noch auf dieses ein paar Stationäre gedacht. Ich habe heute früh noch extra abgelesen. Ja, es ist zwar cool mit dem Vorbestellen, aber irgendwie... Ich weiß nicht, da nimmt es auch so ein bisschen vom Zauber weg. Wenn wir jetzt so hingegangen wären, dann... Boah, cool. Ich habe eine gekriegt. Ich war früh da. Aber ich hätte sie auch bestellen können. Aber ich wollte irgendwie nicht. Ja, ob du dann eine gekriegt hättest, das wäre ja auch nochmal die zweite Frage gewesen. Ja. Vielleicht hätten sie dir dann gestern geschrieben, die ist storniert. Du hast eine von denen, die noch nie da war. Ja, aber... Na ja. Wir haben sie mal gesehen. Ja, wir haben jetzt Batterien. Wir haben ein Foto machen können eigentlich. Von der Konsole benutzen. Stand doch da. Ah ja, es gibt genug Fotos im Internet. Wir haben Batterien. Und... Naja, wir fahren jetzt... Der hat eine. Wollen wir ihn überfallen? Der hat doch noch weiß an. Super gut. Verdammt, ja. Hätten wir wenigstens Foto gemacht. Naja, egal. Wissen. Auf jeden Fall sieht die Kleine aus wie ein... Die Kleine sieht süß aus. Wie so eine andere. Ich finde aber, die Kleine sieht auch größer aus, als ich gedacht habe. Ich finde, die sieht aus wie eine alte Wie. Von der Größe her so... So länglich so. Und die Große ist halt... Die sieht halt irgendwie auch... Irgendwie sieht sie unattraktiver aus. Aber die ist halt unscheinbar, wenn die einfach so steht. Könnte auch Lautsprecher sein. Ja. Oder so. Ja. Oh na ja, dann fahren wir jetzt heim und... Wein. Arbeiten. Wein. Tschüss. Tschüss. Wir hatten nicht auf die Play gedrückt. Wir haben die ganze Zeit ohne Play gedrückt. Ja. Wir haben uns nämlich hier die perfekte... Wir haben Batterien gekauft von Ansmann. Ja. Wir haben ja auch nicht ins Baby stecken. Ja. Nicht ins Baby stecken. Und nicht im Hammer. Und dann hast du gesagt... Als ich das dem Baby gesagt habe... Das steht da wirklich drauf. Das ist ja wie in Amerika. Da hab ich gesagt, ja... Es ist gekauft. Ja, an sich kann man sagen... Wir stehen jetzt bei McDonalds. Es war sehr gesittet. Ja. Wir stehen jetzt bei McDonalds. Und es war vorhin sehr gesittet. Also wir sind den anderen hinterher gelaufen, die vor uns gelaufen sind. Die wussten nämlich ganz genau, wo es hingeht. Aber waren dann genauso verwundert, dass es da steht. Die sind alle so ganz langsam hingestürft. Ja. So, man hat sich bloß nichts anmerken lassen. Und so haben sie geguckt. Die wissen ganz genau, wo wir hinwollen. Aber bloß nichts anmerken lassen. Habt ihr eine Hicksbox da? Ne, nur für Vorstelle. Vorbesteller. Vorbesteller. Achso, ja. Okay. Warten wir einfach mal. Was machen wir hier? Wollen wir gehen? Kurz stehen und gucken. Vielleicht. Vielleicht haben wir noch... Bonbon oder so ein Stück Schokolade für die Leute, die vor der Tür gewaltet haben. Einen heißen Kaffee wäre okay gewesen. Ja, genau. Den holen wir uns jetzt. Ja. Wir hätten so Burger King gehen müssen, der kann mal wenigstens einen PS5 gewinnen. Ja? Ja, ich weiß auch nicht wie. Naja. Ja. Die Gesitteten gehen jetzt wieder. Wegen dir bin ich jetzt enttäuscht. Ich hab gedacht, ich hol sie mir erst in einen Monat oder so. Aber du hast mich scheiß gemacht. Ich hab dir nur erzählt, wann das Wiesdatum ist und was passiert. Vor allem das Westerbach. Ich bin morgens da, kaum jemand da. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Das war echt komisch. Da merkt man mal, dass sich jemand nicht informiert hat. Ja. Ja. Standen da überhaupt welche zum Zocken in dieser Konsolen? Ich hab's nicht geguckt. Wir sind wieder gegangen. Wir sind verschämt gegangen. Okay, jetzt müssen wir gleich unsere Bestellung entgegen nehmen. Also, die Series X hat keine richtigen Launch-Spiele. Ende. Hier ist alles da. Ist da. Oh, was gibt's da? Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist neu, oder? Vielen Dank, dass ihr unser Gast waren. Findest du noch? Ja, jetzt hab ich gerade wieder angefangen. Ne. Doch. Ach, das dreht sich automatisch irgendwie. Ja. Die Anzeige, ja. Das ist so heiß. So, jetzt folgt die Abbo. Wir haben leider keine Xbox gekriegt. Und deshalb sind wir jetzt zu Hause. Ja, jetzt sind wir wieder... Deillusioniert. Nicht so schief drauf. Wie heißt denn das? De... Doch, deillusioniert. Deillusioniert. Ja, genau, das stimmt. Ja. Eigentlich war es ja Schwachsinn zu überlegen, ob man überhaupt eine kriegt. Aber... Bendy? Ja, die hätten die nur 10 Stück hingestellt dann. Aber wenn die schreiben, es sind stationär welche vorhanden, also wenn das Xbox ankündigt, dann kann es ja nicht sein, dass die keine stehen haben. Ja, das war schon kacke. Und dann wird Playstation runtergemacht dafür, dass sie keine verkaufen, weil sie es vorher angekündigt haben. Ja. Naja, was soll das? Wir haben Batterien für unser neues Leuchtschild. So. Dann werden wir jetzt einem stellen einfach. Genau. Wenn die dann ankommt, dann... Gucken wir mal rein. So aus. Gucken wir uns jetzt Videos an von coolen Typen, die einen erhalten. Aber erstmal essen wir was. Ja, wir essen was. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.